Ja und willkommen zu einem weiteren Sturm-Update. Es ist insgesamt heute schon das vierte Video zum Sturm, zum Orkan Sabine. Und ja, willkommen zu einem neuen Video, auch mal wieder aus dem Live-Blog hier. Und zwar bin ich diesmal auf rp-online. Ja, wie gesagt, der wütet gerade bei NRW. Und wie gesagt, hört mal kurz, ich halt mal kurz mein Handy dahin. Der Sturm draußen wütet, also aber nicht, also ich weiß es noch nicht. Und viele Sachen sind davon halt betroffen. Mal alles kurz hier im Überblick. Bahn stellt Fernverkehr sukzessive ein. Fußballspiel abgesagt, Borussia. Mönchengladbach gegen Köln muss verstoben werden. Flugbetrieb massiv betroffen. Ja, Konzert von Andrea Berg in Halle Westfalen fällt aus. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass das Konzert von Andrea Berg ausfällt. Bleibt den Menschen einiges erspart. Nein, Spaß beiseite. Die Leute, die Andrea Berg toll finden, sollen auch weiterhin Andrea Berg hören. Und jetzt lese ich mal kurz was vor. Die Bahn stellt ihren Fernverkehr nach und nach ein. Also der Fernverkehr der Bahn wird halt eingestellt. Und dementsprechend, ja, ist das alles nicht einfach. Das Unternehmen informiert darüber, dass mittlerweile auch in NRW mehrere Streckenabschnitte für den Bahnverkehr gesperrt worden sind. Ja, weil halt die Gefahr ist, dass irgendwas auf den Schienen landet oder irgendwas beschädigt wird. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und zunehmender Windstärken habe sich die DB dazu entschieden, alle Züge des Fernverkehrs nach und nach an den Bahnhöfen enden zu lassen. Ja, das bedeutet quasi, dass es quasi, ja, kein Fernverkehr mehr aktuell stattfindet oder nur noch sehr wenig und das soll auch auslaufen werden. Ja, und jetzt ist halt auch ganz klar, NRW bekommt Sturm Sabine am frühen Abend zu spüren. Ein Überblick. Sturm Tief Sabine ab 16 Uhr wird es ungemütlich, ja, und das merkt man auch schon. Und das ist auch einfach hier ungemütlich. Und, ja, vor zwei Minuten kam nochmal was von der DBGDBRegioAGNRW rein. Auch das mal kurz zum Erwähnen hier. Der Regionalverkehr in NRW wird eingestellt. Also auch der Regionalverkehr wird jetzt offensichtlich erstellt. Das teilte die Deutsche Bahnregio auf Twitter mit. Das sollte man sich vielleicht mal angucken. Und hier drunter ist ja die Twitter-Meldung. Und zwar hier von der DB RegioAGNRW. Mal kurz den Tweet. Ich lese ihn mal kurz vor. Um Unwetterschäden Zugbetrieb von RegioNRW am 9.02.20 Uhr ab ca. 17.30 Uhr eingestellt. Also ca. 20 Minuten, ich nehme das Video gerade so, ungefähr 17.50 Uhr auf, eingestellt. Die Züge fahren noch zu geeigneten Bahnhöfen bzw. bis zum Endbahnhöfen, also zu geeigneten Bahnhöfen, wo sie abgestellt werden können oder werden am Endbahnhof abgestellt. Infos auf Bahn.de. Also wenn jetzt jemand in der Dribudorie ist, mit dem Zug fahren zu können, bitte mal auf der Webseite der Bahn gucken. Da werdet ihr die entsprechende Info sehen. In der DB Navigator, das ist die App. Oder in der AppDB Streckenmanagement, also sprich der weiteren App der Bahn. Und das ist, glaube ich, jetzt auch erstmal das. Ja, und hier auch mal gerade was, was nochmal hier gestrieben wurde. Sturmtief Sabine sorgt auf dem Brocken für extreme Orkanböen. Bis zum frühen Sonnabend wurden Spitzengeschwindigkeiten von 156 km die Stunde gemessen. Und das ist schon heftig, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig sagte, laut Prognosen könne es der Orkan auf dem Brockenplateau, ich weiß nicht, ob er das ausspricht, im Laufe der Nacht noch auf einem Tempo von 180 kmh. Bringer, du Scheiße. Die Harzer Schmalspurbahn hatten schon am Sonntag vorsorglich ihre Fahrten zum Brocken eingestellt. Die Einschränkungen sollen am Dienstag nachher dauern. Und das ist, ja, genau. Und jetzt kommt es auch schon, was ja jetzt gerade noch reinkam, update-mäßig. Der Orkan Sabine hat die ersten Bäume in NRW zum Umsturz gebracht und damit halt einige Gleise blockiert. Zwischen Lippstadt und Soest musste die Strecke wegen eines Baums in der Oberleitung gesperrt werden. Also die erste Strecke, auch die Strecke zwischen Essen und Gelsenkirchen war auch blockiert. Und es kommt halt dementsprechend zur Umleitung. Und das wird, also er war die ersten Bäume ausgewurzelt worden. Und ja, einige Land- und Bundesstraßen waren, sind ebenfalls durch Bäume blockiert. Wurde ein, also wurde ein Tweet von der Polizei rausgegeben. Ein Baumstamm blockierte zeitweise die Autobahn A40 in der Nähe von Dortmund, also bei Dortmund. Dies konnte nach Angaben eines Sprechers aber schnell wieder freigegeben werden. Also es ist schnell wieder aufgelöst worden. Weitere Sperrungen werden vermutlich folgen, hieß es von der Polizei. Bleiben, die Vorsicht, also die Polizei sagt auch bitte, dass man Vorsicht, sich bleiben soll. Und was ich noch zu guter Letztem mit reinnehmen kann, der Flughafen am, also der Flughafen Düsseldorf ist gerade massiv eingeschränkt. Und Düsseldorf Airport hat dazu auch noch was geschrieben. Update zum Sturmtief Sabine. Die Fluggesellschaften haben am Düsseldorfer Airport 120 Starts und Landungen auf und für Montag 22 Flugbewegungen annulliert, also abgesagt. Ursprünglich hatten die Airlines für beide Tage 1000 Starts und Landungen geplant. Und das findet jetzt alles nicht statt. Und das ist auch nochmal zum Thema mit den Schlugstrecken und auch wieder... Und jetzt ist auch schon... Ein Intercity-Zug ist im Emsland in einen umgestürzten Baum gefahren und steckt ja auf der Strecke fest. In dem IC von Amsterdam nach Berlin sitzen ungefähr 300 Reisende, die sitzen gerade fest. Also wie gesagt, wenn ihr es gerade sehen, haltet einfach durch in dem Intercity. Mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wie gesagt, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Vielleicht kommt heute noch ein fünftes Video dazu, ich weiß es noch nicht. Ja, aber das wird dann eher so gegen 8, 9 Uhr kommen. Ich weiß es nicht. Also dann würde ich sagen, bis zum neuen Video, bis zum neuen Sturmupdate, bis zum neuen Video.